Was, was Roland dazu sagen würde? Ja... Hä? Was würde er dazu sagen? AMONG US! Du weißt es, stimmt. Er würde es sagen. Du hast grad ziemlich irgendwo ein Patschi... Ja, da war auch ein Patschi, aber der ist mittlerweile tot. Ja, hä, was ist denn... Du wusstest ein Gigafar-Volk, der du bei dem Patschi saßt, mit dem du teleportieren wolltest? Ja! Ack mal 1000 Server ist schon ziemlich mature, das ist schon, warte mal... Das ist schon... Guck, die Leute, die Ack mal 1000 Server mögen, die sehen... Die sehen schon so aus. Hehehe, ich weiß, was kommt. Ja... Schauen wir, oder? Ja, schon. Oder halt... Kann jetzt ein Bild von Hamill kommen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und dann gesehen so aus... Peter Griffin! Hehehe... Ja... AMONG US! Siehst du?